Neo der kleine Lastwagen Die Roboter bauen auf dem Spielplatz aus bunten Blöcken Burgen. Die Burgen sollen groß werden. Mal sehen, welche Burg schöner wird. Oh, es ist nur noch ein Block übrig. Oh, Botter, hört auf zu streiten. Ein Block ist nicht genug, um die Burg fertig zu bauen. Leo, du kannst doch sicher noch mehr Blöcke bringen. Oder, Leo? Leo fährt zu Liftees Laden. Liftee, wir brauchen Blöcke. Viele Blöcke, um zwei große Burgen zu bauen. Wow, das ist ja ein richtiger Berg aus Blöcken. Leo kann die ja gar nicht alle transportieren. Wir müssen einen großen Laster bauen. Leo hat die Teile dafür gebracht. Lass die uns zusammenbauen. Kabine, Frontscheinwerfer. Kühler Grill. Vordere Stoßstange. Zwei Sitze. Zwei Sitze. Lenkrad. Türen. Außenspiegel. Außenspiegel. Dieses Teil befestigen wir an der Kabine. Kotflügel. Auspuffrohre. Auspuffrohre. Und vier Räder. Die Zugmaschine ist fertig. Aber von wo bekommen wir den Anhänger her? Hm. Weißt du es vielleicht, Liftee? Mal sehen. Welches Teil brauchen wir? Die Ladeschaufel. Nein. Die Mischtrommel. Darin kann man keine Blöcke transportieren. Den großen Anhänger. Ja, den nehmen wir mit. Schieb, Leo. Lass uns den Anhänger an der Zugmaschine befestigen. Jetzt kann Liftee die Blöcke in den Ladekasten füllen. Gut gemacht, Liftee. Gut gemacht, Liftee. Leo, jetzt können wir die Blöcke zu den Robotern bringen. Oh, der orangefarbene Block ist runtergefallen. Leo, nimm ihn mit. Los geht's. Roboter, schaut mal. Der große Laster hat noch mehr Blöcke gebracht. Vorsicht. Oh. 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 Roter Roboter, wo bist du? Geht's dir gut? Jetzt könnt ihr eure Burgen fertig bauen. Die Roboter sind aber schnell. Die Roboter sind aber schnell. Ihre Burgen sind fertig. Super. Dankeschön, Leo. Schaut mal. Leo, Scoop und Liftee verstecken sich hinter den Rechtecken. Sie wollen sich neue Zeichentrickfilme anschauen. Und du? Such dir auch einen aus. Klick auf eines der Rechtecke. Schnell, bevor sie verschwinden. Klick auf einmal. Ich bin... Du?